Hallo liebe Freunde, hier ist FlandmeLP und es geht weiter mit Let's Play Snowboard Kids. Im ersten Part haben wir ja Rocky Mountain und Big Snowman hin uns gelassen mit Slash und Nancy. Und nun sind wir bei Sunset Rock und zwar mit Jam und es geht weiter. So, im Mountain where Penguins often play. Aha, da wo also Penguins fast immer spielen, sozusagen. Ein Mountain, wo Penguins gerne spielen. Oder so rum halt. Äh, wir haben jetzt Jam, da nehme ich... ALL AROUND! Nehme ich mal das diesmal. Sunset Rock. Und unsere Gegner, seht ihr hier. Go! Zack! Jawoll! Und habt ihr gesehen, wer unsere Gegner ist? Es sind Linda, Nancy und Slash. Ja, mal schauen, ob das was wird. Das ist ziemlich laut, muss ich sagen. Oh! Whoop! Oh ja, Turbo! Das ist genial! Hey! Fine! Fine! Nein! Dankeschön! Hier kann man natürlich siebischen... Wieso bist du schneller als ich? Ich... Nein, nein! Hier für dich! Äh, das wohl noch mal! Boah! Hu! Ich dachte schon, das wär's! FAAAAL! Du für... Du für... Du für... Na warte, schickig... Und? BAAAAL! Ja, mit nem... Schneemann passiert eigentlich fast nix. Boah, Alter, wie viel... Ich habe vergessen, auf Analog zu drücken, deswegen konnte ich keinen Trick machen. Wahrscheinlich habe ich es hinbekommen. Ja! Great! Ja, da klingt man nämlich... Hey! Hä? Achso... Verdammt! Nein, da bin ich dämlich! Hey! Nicht überholen! Oh, hier muss man abpassen. Sonst läuft man nämlich zu einem Schneemann. Ich habe immer noch den Drohbuch hier, ey! Oh Gott, ey! Das wird lange gehen, nächstes Mal! Oh, Steine! Weg! Huuu! Das war knapp! Sooo... Und... Yeah! Nice! Äh... Ich setze den Turbo erst später ein, muss ich sagen. Weil ich... keine Ahnung... Ja, es tut mich ein bisschen... Wisschen Tempo aufzubauen. Aber... Die alten sind nicht... Äh... So war's von schnell! Scheiße, Geist! Geist! Du stinkst! Weißt du das? Komm, verzieh dich! Du auch! Ja, das ist auch ein Messie mit dem Schneemann hier. Weil du wirst jetzt so hin, nämlich... Ui... Oder wo? Ich halte die Runde ein. Kann ich? Hey! Hey! Sekunde, Sekunde... Habe ich jemanden getroffen? Schade! So, als nächstes kommt... äh... Night Highway. Das ist... Die vierte. Da nehme ich... So... Turbo. Da nehme ich die... Linda dann! Und als fünftes im... Quest Valley kommt dann... Tommy! Fail! 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 Ähm... Lenklenk! Oh Gott! Lenklenk! Rumpfung! Äh... Zieh! Zieh rum! Ah... Hilfe! Nein, 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 nein! Hu! Ich hoffe, sie versucht es nicht... Nochmal! Ich mache so ein bisschen Schlenklen hier... Huah! Lenk! Achso, es war Pratt! Oh... Hey! Doch, heilen Sie! Wenn Sie! Naan Sie, ey! Hier kann ich aber... Hey, ich bin so... Alle voll daneben, ey! Alter, wie schlecht! Alter, weh! Das war sowas noch schlecht von mir! So! Oh! Der hat eine Hand! Man hat es gehört! Huiiiiiii! Oh, Alter! Das hat so noch der Trick! Woho! Ey! Das ist mies! Ein Glück können wir nicht so ziehen, muss ich sagen! Hu! Das war aber ganz schön... Na witzig! Oh! Alter, bin ich! Dritter! Oh! Du was? Krass! Geist! Guck! Die Hand ist schön! Klickschein! Bam! Ja! So, nochmal Geist! Und bam! Geist! 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 Ich glaube, wenn man nicht hüpft, dann verschwindet er, glaube ich! Ja! Da geht's glücklich schneller, muss ich sagen! Was? Schnell ist nämlich auch fies, wenn man da z.B. Eis hat oder eine Bombe da abfeuert oder den, äh äh ... Falscher mit mir, dann kommt man schwer drüber und das ist doch genial um mich in ... ähh ... Zeit zu sporn. Oder hab grad... Vor meinem ... Ähh ... Heaaaaaay! Ja! Heiher! 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 Ah! Guck! Was sieht der in meiner Nase eigentlich? Aber bleiben die denn? Verdammt! Man kann auch... Oh, Hilfe! Wenn man das sitzt, in der Seilbahn, dass man der Arke zurückteilt wird. Oh, Hilfe! Was ist denn jetzt los hier? Oh, meine Nase ist irgendwie... Hey! Gut! Ich will kein Stein! Ich mag keine... Steine! Da ist ein Glück, dass die... Die können zwar auch Steine bekommen, aber... Die können sie auch mies hinlegen. Oh! Da hat man gerade Slash gesehen. Links gerade... Oh! Das war mies! Das war mies! Das war mies! Ja! Nice! Ja, bei diesen Chumps... Da ist auch mies hier, der Fallschirm! Ich dachte jetzt... Oh, 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 oh! Scha, 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 scha... Wer hat einen Paratfahrern immer... Linda? Ah, die ist so eine. Die mit ihrem Rad fahren hier, ey. Ja, die wird mir gerne, die wird mir gerne mal was überfragen, ja. Du, 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 du. So, mal schauen, ob ich es hinbekomme. Oh, ja, mein. Wenigens das zweite Mal. Turbo, das ist gut. Als erster Turbo, das ist wirklich... Äh... Also, selten, denke ich mal, dass er so ist. Uaaah. Hilfe, ich habe einer runtergefallen. Ja, das ist... Auch nicht mal genau sein. Muss ich vielleicht gleich mal auch putzen oder so. Sie juckt immer so ein bisschen, ja. Ah, Hilfe, obwohl die Sommer ist, bin ich nicht. Allergisch bin ich auf nichts. Von Blinders hinter mir, ich höre dir. Ich hoffe, die Kopfhörer nicht zu nahe. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, muss ich sagen. Dass irgendwas passiert hinter mir. Ich denke jetzt. Der Nancy ist sehr weit hinten jetzt da. Kann sein, dass die Turbo hat oder so. Dass sie jetzt schnell nachher fangt. Und dann bin ich fertig. Da, da, da. Da, 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 da. Und dann versammelt. Yeah. Bam, 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 bam. Wuhu. Und erster. Ja! 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 4.000! Und wir sind schon bei... Äh... 20.000! Ja! 20.000! Ähm... Balltrop! Willkommen! Bei Bord! Ich würde mir gerne, dass es das Freestyle holen. Ja! Dankeschön! Mehr kann ich nicht kaufen! Alpine, Elf... All around, das kippe 10, ja! Komm again! Ja! Vielleicht irgendwann mal später... So, jetzt geht's weiter mit... Äh... Linda! Die ist... Superschnell, würde ich sagen! Aber Tommy ist schneller! Deswegen... Linda! Kommt jetzt! So, mit ihr betreten wir jetzt... ...die vierte Welt! Nämlich... Night Hike Way! Oder Highway! So rum! Nicht Highway! Hilfe! Night Highway! Ja, man sieht auch hier diese gelben Pfeile... Ich weiß nicht... Was ist hier auch noch? Ne! Aber man sieht hier... Ehm... Die Pfeile hier... Die Pfeile eher gesagt... Das da... Ähm... Abkürzungen gibt... Wie zum Beispiel hier bei diesem Graswelle... Und hier... Gibt's auch... Ja hier bei dieser... Dem Felsen da... Da gibt's auch eine Abkürzung... Aber jetzt kommt's... Black Highway! Aber jetzt kommt's... Was in... Ambon... Highway at night! Ja! Eine schöne Straße! In der Nacht! So, hier möchte ich gerne... Speed haben! Speed! Weil mit Linda... Speed! Ja! Oh! Ready? Go! Fail! Fail! Fuck! Das ist der Weg! Oh! Fettes... Ich kann nicht so plammerisch... Ich kann nicht so plammerisch... Hallo! Ah, der ist bestimmt jetzt... Der Alpin, ey! Nein! Ich hätte vielleicht doch irgendwo... Eine andere... Genau! Mit dem kann man... Mit dem kann man... Mit der kann man nämlich... Schlecht steuern! Yeah! Nice! Ist zwar schnell... Muss ich sagen... Yeah! Das ist mies hier... Und wenn man jetzt hier... Ja! Fails! Ja! Na, warte! So, Jan! Es tut mir leid... Ach, jetzt, okay! Ich kann mal schauen... Ich habe noch ein bisschen bekommen... Unsichtbar! Als dritter! Davon ist sie. So, Tommy einmal. Oh, willst du mich verarschen? Komm her, du bist der Kuh. Du warst es nicht, Nancy. Tut mir leid. Okay, und ich war es schon mal gut. Wird das mit? Nein. Ich nehme einen, der ist gut. Komm, du guck auf, ey. So, mal ein bisschen Geld hier. Oh, tschüss, Tommy. Das ist natürlich eine sehr kurze Strecke, muss ich sagen. Aber auch eine sehr schwierig. Na gut, das ist nicht schwierig, aber man sieht diese Kurven hier schon etwas. Zieh rum. Ha, nicht mit mir. Ich bin unsichtbar, ja. Ein fahrendes Board, sozusagen. Aber, wir sind bei Erster und so. Oh, verdammt. Schreit nur ein. Äh, Safe Stay. Äh. Können wir schauen? Na, verdammt. Ich krieg das nicht. Ja, ey. Oh Gott, hier komme ich jetzt hier rum. Ja, es ist mir egal. Ja, es ist mir egal. Ja, es ist mir egal. Aber, die gehen noch mal gut, ey. Oh, nein, nein, nein. Die nächste Abkürzung finde ich hier rechts. Und, äh, Fail. Das ist schwierig, da reinzukommen, muss ich sagen. So, man kann ein bisschen... Ja, das war nämlich jetzt ein Fail. Weil, da kommt nämlich sehr schwierig voranzukommen zu fahren. Die behalte ich. Oh, Doppelgeist. Das ist mies. Ein Doppelgeist, ey. Also, ich sag mies. So, mal schauen, ob's... Oh, Alter, fick dich, Nancy. Fick. Ach, die ist glatt. Habt ihr doch gerade irgendwie gehört. Da vorne ist sie ja so dumm. So, nicht mit mir. Nein. Diesmal nicht. Diesmal hab ich abgepasst. Mohahaha. Ah. So, das ist auch mies. Ersteigen von... Mh. Gerade jetzt. Oh, verdammt. Uh, Eis. Du nicht. Gut. Gut. Ne, jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, noch eine runter. Huu. Oh. Hi, Gem. Und hier kommt jetzt nächstes. Tommy. Oder was nennt sie jetzt? Uuuh. Wieso kriege ich jetzt nicht schon mehr, ey? Gah. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, komm, komm. Kaution. Ey. Keine Ahnung. Ob das so richtig ausgesprochen wird oder nicht. Beine Ahnung. Oh. Der Putz ist mir egal. So, und Zobol! Steine! Ich mache keinen Stein! Jetzt haben wir es geschafft! Nein, 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 nein! Wer ist denn hinter mir? Jan? Nein, nein, nein! Alter, ich habe doch gelangt! Blöde Kuh! Komm, komm, komm! Hast du gerade... Boah, Alter, fehl! Lässt du mich mit das? Nein, wahrscheinlich nicht. Boah, Alter, willst du mich verarschen? Was ist denn heute los? Wehe, du hast Bratwahn! Alter, ich glaube, ich will dich gleich schnell ziehen! Wann? Nein! Oh, nein, nein! In der Nähe, ich glaube, ich bin unterbreitung! Okay, die vierte Welt ist... Oh nein. Unsichtbar! Ist das denn ernst? Aber nein! Geht's! Alter, f***! Willst du mich verarschen? Alter, ich will nicht drüber werden! Komm, du auch weg! Tropo! Los, komm! Oh, Alter! Schwere Geburt, ey! Rück los aus! Jawoll! Yeah! Puh! Boah, Alter! Puh! Was für eine Geburt, ey! Oh, Alter! Schwert, ey! Boah! Wie so weit, alle! Ja! Mua! Mua! Dankeschön! Dankeschön! Muuuh! Hey, ich glaube, das war's sogar jetzt hier! Das glaube ich jetzt... So war ein Gott wieder geworden! So wie ich es wollte! Und jetzt geht's los mit so... Tommy! Er ist sehr schnell! Ähm... Das ist jetzt die 5! Krass Welle! Ich würde sagen, ich mache ein Safe State! Oh, ich bin grad mit meinem Mikrofon irgendwo drangekommen! Ja, und ich beende mal diesen... Part! Und wir sehen uns dann beim... Nächsten mit Tommy! Und zwar in der... Krass Welle! Oder... Welle! Tschüss! 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 Tschüss!